Willkommen zurück zu Let's Play Retro City Rampage Wir springen einfach mal direkt in die nächste Mission Lieber Spieler, mir sind die Handlanger ausgegangen und ich habe... Was? Und ich muss meine neue Lieferung abholen Das Problem ist schon wieder dieser... Fucking Verkehr Nun das Dynamit hier und springen die Autos von der Straße, bevor meine Lieferung kommt Dein Kumpel und Mentor Harlequin Ha! Ich schaffe Arbeitsplätze Ich sprenge die Fahrzeuge Ups Achso Okay Dynamit Dün, 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 dün Au 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 Ich brauche Gesundheit Shit, 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 shit Tot Gezielt und brutal sinnlos überfahren Springen um auszureichen Ja, ich... Das Problem ist eher, ich muss Autos treffen Wie soll ich Autos treffen? Wow Das war übertrieben Na, komm Ein bisschen vorlaufen Vorlaufen Au, 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 au Du bist tot Alles explodiert Und ich bin tot Okay, die Mission ist echt kacke Also Warum sollte ich ausgerechnet das Dynamit nehmen? Ja, desto weiter wirfst du Aber was nützt mir das, wenn die Wagen ja eh nicht stehen bleiben? Bum, 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 bum Erwischt, motherfucker Bum, 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 bum Na, komm Zack Au Okay, der war nice Der war echt nice Der konnte sich So Warum fliegen diese scheiß Bikes auch immer in meine Richtung? Gott Okay Wäre mal echt cool, wenn die mich nicht überfahren würden Au Ich sagte Nicht überfahren Und mit nicht überfahren meine ich eigentlich Nicht mit dem Vehikel Äh Meine physische Erscheinung treffen Au Au Zack, zack Du bist doch Also Die zackt gerade mal echt hart Die Stufe Au Explodierende Asus ausweichen Ich kann doch gar nicht mal vorhersehen Dass die immer mit voller Wucht komischerweise In meine Richtung fliegen Oh Oh, der Wagen hat ein Dynamit Überlebt Okay Okay Mein Gott Werfen Du bist getötet worden Super Nein Die Mission mache ich jetzt nicht nochmal Ach, muss ich die machen oder was? Ja super Nein, meine ganzen Waffen Scheiße Ja Hat man hier irgendwo eine Karte? Da hat man eine Karte Ach ja, die Welt ist jetzt gar nicht mal so klein Gibt es hier überhaupt ein Waffengeschäft? Jo Da ganz oben Ach nee Da ist mal eine zweite Mission Ich wollte gerade sagen Aber ich habe keine Lust Jetzt diese bescheuerte Autosprengmissionen zu machen Ja komm Gut Hier aus dem Weg Halt die Schnauze Beschwer dich nicht Karte Wo sind wir denn? Okay Die nächste Straße müssen wir links abbiegen Zack Zack Nee Dafür sind wir nicht Kapis Moment Wo bin ich denn jetzt? Das ist eine der Probleme, die ich habe So An sich Warte Schön Aha Ich wollte gerade sagen Meine Pfeiltasten funktionieren nicht mehr Dann wäre ich jetzt ziemlich am Arsch gewesen Da Nee Moment Hä? Ist doch ein Pond Was haben wir denn hier? Um Waffen zu kaufen Wirklich? Mariachi? Nämlich Das ist mein Baseballschläger Was haben wir hier? Um Waffen zu kaufen Achso Das war dasselbe Ja Bringe Gegenstände hier Um Geld dafür zu kriegen Testen wir es mal Okay Da läuft ein Wikinger What the fuck Paper shredding Bam 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 Ist das ernsthaft der Waffenladen gewesen? Tatsache Oh mein Gott Ich hole mir direkt das Geld zurück Alles meins No fucking compromise Mullet Mullet Clips Go Go Busters Pizzaroni Pizzaroni Naco de del nacho Kaffee Yeah Okay Dann halt Nicht Wie sieht's denn aus Wo bin ich denn? Naja okay Fast da Ich vermute Da ist noch ein zweiter Laden Aber ich kann das Natürlich nicht Beschwören Karte Nach links Karte Splaters DJ Hammers Okay Mob Schaufel Golfschläger Willkommen beim Vorheiß Hier bekommen sie Bibliothekars Look Jalousien Reflecto Murdochs Murdochs ist witzig Ich glaub ich nehm mir den Stil Fuck yeah Ähm Karte Ja Keine Ahnung Ich lauf mal hier so ein bisschen rum Game Genies Arcade Bundys Wedding Chapel Toadstools Tattoos Okay Schön Rumsliden Open Open aber ich kann nicht rein Enter Coffee Shork Sh-sh-sh-sh-sh-sh-shork Coffee Generic hospital Machinery What the f-s-sh-sh-sh-sh-sh'? Okay Ich bin schon ziemlich oft gestorben Was haben wir denn hier? Nichts offensichtlich. Dann halt nicht. Machen wir das hier. Baseball-Gemetzel. Nächster Bullo. Lass mich in Ruhe. Nie geblieben. Glückwunsch, du erhältst Bronze-Medaille. Au. So aggressiv mit dem Überfahren waren die noch nicht mal bei GTA. Zack, zack, zack. Komm, da komm. Bleib hier, du geschissen ab. Punk. Na ja, Rekord. Na ja, gut, Silber-Medaille passt. Escape. Was war das jetzt? Hier vorne war auch noch ein Massaker. Machen wir noch eins. Da ist es. Wileys Roadkill. Raketenstart. Ah, das hab ich schon mal gemacht. Okay, ich glaube gerade, irgendwie verkacke ich gerade tierisch. What the fuck? Dieses Mal kriege ich nicht mal ansatzweise irgendeine Medaille. Okay, Stufe gescheitert. Egal. Das haben wir ja eh schon mal gemacht. Mal gucken, vielleicht können wir ja eine gescheite Frisur kriegen. Willkommen im Salon der Mullet. Volles Haar ist unsere Spezialität. Eisenherz ist eindeutig He-Man. Lassen wir den mal so, wie es jetzt ist. Hm, Jod. Ist noch irgendwas Goldenes. Was? Ah, ha, ha, ha. Moment, da. Golfschläger-Massaker. Ach, schaufel-Massaker. Golfschläger. Wie komme ich auf Golfschläger? Na komm, bleib hier. Die laufen schon weg, bis vor man die getroffen hat. Wer mich verarschen? Stell, du Penner. Dum, 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 dum. Silber-Medaille. Stufe beendet. Yeah. Okay, Leute, an der Stelle will ich diesen Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Cool. Bis dann. Ciao.